hm, Steady Maus? Kallie Man! So, warte. Ich hab das hier schon hingelegt, ne? Das bekommt ihr jetzt, ne? Der Kallie bekommt hier das hier, ne? Ihr feiner Kallie, ne? Dackelst du ab in dein Bettchen, ne? So meine kleine dicke Trine. Ja! Ne, Lucy Maus? Du liegst auf der neuen Jacke, ne? Die Lucy nehmen. Die Lucy nehmen. Die kannst du haben. Aber du musst gleich von der Jacke runter gehen. Hm? Habe ich gerade schon anprobiert. Die Jacke, die passt ganz genau. Die ist herrlich lang. Die geht weit bis über die Oberschenkel. Dass richtig schön alles warm bleibt. Und passt ganz genau. Super. Was ist los, Lucy? Kommst du zurecht? Schnauzi braucht im Moment keinen Lecker. Der ist... Der ist im Paradies. Der ist im... Spieleparadies. Da ist aber wieder ein Stück abgebissen. Das müssen wir wegräumen, ne? Der verschluckt das leider auch. Hahaha! Ja! Nun schnauzi alles deins, ne? Gut, dass die anderen da nix haben wollen anscheinend, ne? Ne? Bis auf das kleine Schweinchen. Das habe ich in Sicherheit gebracht. Das möchte ich selber haben. Das ist so niedlich. Das ist wie ein Pumschweinchen, ne? Und das bleibt schön für mich. Ja, habe ich gerettet. Und noch ein Stück wegnehmen hier. Und auch schon kaputt. Quietscht auch schon nicht mehr. Das geht bei dem innerhalb von Sekunden. Ne? Da muss ich echt aufpassen. Und sofort alles einsammeln. Der Sack, ne? Ne? Ja. Irre. Mal andere Hunde wochenlang mitspielen. Eine Sekunde. Ja, warte. Da sind einzelne Stücke, Schatzi. Ja, ja. Die muss ich haben. Volle Krabbe. So. Guckt mal hier, wie viele tolle, feine Leckerlis. Für die Mietzikatzis auch. Schön, feine Kosmetik für Frauchen. Da habe ich immer ganz gespannt auf die tolle Tages- und Nachtcreme. Und von Yves Rocher die Sachen habe ich früher wirklich so gern genommen. Und super. Batterien finde ich immer super. Und so ein Feuerzeug sogar mit Metalltülle vorne finde ich ganz super. Habe mich so geärgert, dass ich das hier in Ungarn gekauft habe. Und dann funktioniert es noch nicht mal. Ne? Alles Süßes für mich. Hier habe ich schon aufgemacht. Die sauren Würmchen bin ich schon am Essen. Super lecker. Parfüm, der absolute Knüller. Und bin echt mal gespannt, wie lecker das riecht. Gleich mal ausprobieren. Du siehst, wie Weihnachten, ne? Wie Weihnachten? Du guckst ja süß. Schatzi Mausi, machst du das nicht? Guck mal. Ja. Süße Mausi. Du brauchst nichts zu essen, ne? Du bist jetzt am Zerstören. Bist du zufrieden, ne? Hm? Du räumst aber gleich das meiste weg, ne? Sonst hast du nämlich morgen nichts mehr zum Auseinandernehmen, ne? Hm? Mein Grobmotoriker. Lass mal an. Hier ist ja auch schon. Nase weg. Und alles ist der Hammer. Wieder ein Stück weg. Du bist echt ein Grobmotoriker. Hm? Aber hier dran, das wird er nicht so schnell kaputt kriegen. Da können wir schön spielen. Da werden wir... Oi, 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 oi. Lucy, der nimmt dir den Kauknochen nicht weg. Der will nur Spieli, Spieli haben. Das wird auch lange halten. Gehe ich mal von aus. Oh, der hat auch schon sein Leben ausgehaucht. 20 zu 18, das ist ein Unbestätigt. Wuh! 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 Ja, wenn's quietsch. Wuh! 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 Wuh!